Schu-U fragt Pete Smeet. Was wäre der Name des Filmes über Pete Smeets Geschichte? Von hinten durchs Auge ins Arschloch. Das finde ich sind äquivalente Titel für ein Buch, wenn es um die Pete Smeet Geschichte und deren Chroniken geht. Wenn es Mehrteiler werden würde, würde ich Ihnen den Sperma ins Auge 1 bis 6. Also es wäre ja gar kein Film, sondern tatsächlich wäre es ja eine Doku. Also Geschichte einer Aufarbeitung. Irgendwie sowas. Pete Smeet, der Film, will mehr als nur spielen. Die Chaoten. Gute Frage, Sammy. Wie würden Sie unseren Kinofilm nennen? Ich glaube, ich würde ihn persönlich, glaube ich, die Bro-Gamer nennen. Weil damit hat es damals angefangen. Also dass wir irgendwie so einen Namen für uns hatten. Und Pete Smeet ist ja selber eigentlich eher auf Peter gewachsen. Und wenn man das Ganze jetzt so betrachtet, ohne das jetzt zu betrachten, dass man uns alle betrachtet mehr, also die Geschichte von uns allen, dann würde ich sie Bro-Gamer nennen. Bei Pete Smeet, ja keine Ahnung. Also ich würde mit Bro-Gamer gehen. peoplesa. Chände. All right. Bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017